Hallo FreakyArmy, willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video war ein Wunsch von TDC Jam, Robert Brandstetter, ZHT Crew und Cobra. Vielen Dank für euren Vorschlag, Freunde. Schöne Grüßen gehen raus an TheRigRazer, ThunderZero, 100 Abos ohne Video, ZHT Crew, ChrisTastisch, SouthparkFan2503GamingKanal, Philipp Kelviren, Christiane Kabot, WeißHenrik und F.W. Vielen Dank für euren krassen Support, Freunde. Ihr seid die Besten. Heute sehen wir uns die schlimmsten Arbeitstage und die schlechtesten Arbeiter der Welt gemeinsam an. Doch bevor wir anfangen, möchte ich euch noch sagen, dass das Video als Lernmaterial genommen werden soll. Legen wir los. Vielen Dank für die Zusendung, Jam. Ich habe seinen Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Diese Frau hat anscheinend sehr oft einen schlechten Tag. Wieso machen sie diesen Zug sauber, wenn Gäste drin sind? Diese Arbeiter nehmen ihre Arbeit wirklich ernst. Das ist wirklich ärgerlich. Ich habe den Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe den Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Der Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe den Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe den Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe den Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Die ganze Arbeit umsonst. Die beiden haben die schlimmste Aufgabe bekommen. Musik Diesen Fehler macht er nicht noch einmal. Das ist wirklich Pech. Was ist der Son, sagte er, Herr Stefan, nicht gehörend hat. Zum Glück war er befestigt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dieses Gewicht war anscheinend zu viel für den Hubwagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dieser Lkw-Fahrer hat die Kurve zu eng genommen und seine Ladung war für diese Höhe nicht abgesichert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Freunde, welches Video fandet ihr am schlimmsten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 11 am schlimmsten. Der Fahrer muss wirklich den schlimmsten Tag gehabt haben. Erst bleibt er im Schlamm stecken und dann wird sein Lkw noch auseinandergenommen. Schickt mir auch gerne weiter eure Videos zu. Alle Infos dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao!